Ich glaube aber, an die Kiste kommen wir noch nicht ran. Schade. Jetzt sind wir ganz rüber. Aber hier ist wirklich nichts grün. Also hier sind keine Bäume, die ich irgendwie fällen könnte. Oh, da oben ist so ein... Aber das ist der, den wir schon... Ja, den haben wir schon. Wow. Gegen einen Baum. Er hätte bestimmt mehr Essen gegeben, als so ein kleines Reh. Okay. 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 Oh, das ist noch ein kleines Reh. Okay. Okay. So, okay. ich habe schon mal genug essen habe ich immer noch eins mehr mit sind sie denn also jagd wäre nix für mich es ist das rote auf der karte auf dem kompass das was rotes jetzt nicht mehr ja 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 Hier war es. Das klingt immer, als ob Leute hinter mir laufen. Naja, richtig paranoid. Aber wir haben ja genug Essen. Wir gehen wieder bis nach oben. Es hat kurz geruckelt. Okay, wir sind bald da. Ah, cool. Ah, Kupfermünzchen. Ähm, wir gehen zum Lager. Ich fahr mal den Bogen weg. Ich nehme hier noch das Essen rein. Oh nein, ich bin ja auch doof. Es hat ja mein anderes Essen mitgezählt. Apfel und so. Oh, ich hätte noch eins mitnehmen müssen. Es tut mir leid. Wir müssen noch mal kurz jagen. Ich will Apfel und so ungern abgeben. Oh, was ist da oben? Ist das dieser Wachtturm? Nee. Nee, was ist das da oben? Für eine Burg. Wollen wir das wissen? Wollen wir das wissen? Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, hier können wir schlafen. Wo? Ich höre ein Reh. Jetzt reicht es aber mit Essen. So. Halten uns hier ein bisschen rechts. Hier links ist, glaube ich, gegebenenfalls wieder so ein... Mich würde das schon interessieren, was das hier hinten ist. Wir gucken mal, wie nah wir rankommen. So. So. Untertitelung des ZDF, 2020 Wo gehört das zu uns? Ja, das gehört zu uns! Glaube ich. Oh, hier ist unsere Fahne. Unser Wappen. Oh, hier ist unsere Fahne. Oh, hier ist unsere Fahne. Wir haben bestimmt mal geklaut. Kreuzzug. Oh Gott, ich laufe voll falsch. Oh Gott, ich glaube, wir haben gleich richtig Ärger am Sack. Oh, oh. Gegnaß. Gegnaß! Gut, ich glaube, ich habe zu verfolge. Gut, ich glaube, ich habe zu verろ! Ja, doch. Es gehört nicht zu uns. Und das sind auch Gegner. Der Watchtower, wo ich immer noch nicht weiß, ob der gut ist oder nicht. Immer schön den Weg entlang. Ach du Scheiße, was ist das? Ich bin richtig verwirrt. Das ist doch aber von uns. Hier ist doch das Wappen. Warum sind die denn dort hinten gerade so irgendwie zugerast gekommen? Ich glaube, das haben wir vielleicht noch nicht freigeschalten, oder? Das sind bestimmt Kriegserklärungen, die wir hier schreiben können. Ach, egal. Das ist etwas, was ihr selber herausfinden könnt, wenn ihr dieses Spiel spielt. Ja, das ist Taktik. So, jetzt haben wir genug. Ach, nein. Wenn wir jetzt Bäume abreißen, verbrauchen die doch wieder Essen. Ich muss echt sagen, das Jagen ist ein bisschen... Wie groß ist es denn, die Blacksmith? Also, wir müssen mindestens... Der muss weg. Der muss weg. Schön macht ihr das. Super, im Takt. So, wie sich das gehört. Kann hier nicht reingehen. Huch, da wackelt das ganze Bild. Smithy! Wir gehen zu Taktik. Wir gehen zu Taktik. Nein. Die arme Matilda ist leider einem Bär zu Opfer gefallen. Und jetzt sollen wir diesen Bär töten, bevor er noch mehr Schaden anrichtet. Ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Ich werde es direkt hinbekommen. Wann weißt du, wo ich diesen Bär finden könnte? Der Bär ist noch ganz in der Nähe. Der Bär ist noch ganz in der Nähe. Wir können uns jetzt ein Schwert machen und er hofft, dass ein Schwert ausreicht. Hoffentlich. Okay, dafür brauchen wir aber dieses Sulfur, ne? Das habe ich gerade schon gesehen. Da haben wir aber ein bisschen was. Silber haben wir noch nicht. Wir haben aber nur zwei. Wo kriegen wir das denn hin? Der Herr. Okay, wir machen... Wie viel Erz haben wir denn hier noch? Uns fehlt... Eisenerz. Da ist unser Zuhause. Ich habe es mir gemerkt. Wo kriegen wir das her? Wisst ihr das noch? Wir holen jetzt Steine. Das war doch in die Richtung. Wir holen Steine in der Hoffnung, dass hier auch wieder Metall-Erz abfällt. Was brauchen Holz und Steine? Hier ist alle. Ich werde die Pikal-Enerze Axt nicht reparieren. Eher mache ich mir eine neue. Ich gebe keine 20 Geld aus für ein Repair-Kit, wo ich einfach nur Holz und Steine brauche, um die zu reparieren. Wir haben jetzt... Okay, wir können auf dem Rückweg noch ein bisschen Holz mitnehmen. Der Bären zeigt es uns noch nicht an. Der ist wahrscheinlich noch nicht gespawnt. Der spawnt erst, wenn wir ein Schwert haben. Da sind die Räume. Cool. Da haben wir richtig viel Holz bekommen. Das ist aber immer noch nicht, wo wir Sulfur herbekommen. Wir brauchen drei davon. Oder fällt das beim Schmelzen mit ab? Das ist glaube ich. Dann ist das ein bisschen